Deine gesamte Familie ist arbeitslos. Deine Eltern hätten verhüten sollen. Ein einziger Furz von dir kann vielleicht ein paar Kilometer weiter einen ganzen Kindergarten ausrotten. Glaubst du nicht? Und warum hast du gerade meine scheiß Würstchen hier verbrannt? Du Spast! Und wer pisst immer in mein Schwimmbad? Wenn niemand hinguckt. Nur weil ein Ausländer gerade darin schwimmt. Oder irgendein anderer Schmuchtelmann. Schmuchtel. Du bist bettophil. Ein Problem damit? Ich fahr mit den Öffentlichen. Weil wir dein Auto haben. Jo. Und wir beide schmuggeln Menschen. Polen. Deine Wanda. Und deine Mutter. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Eine halbe Stunde. Ein Puff kostet weniger als 50 Euro. Deine Mutter schwitzt beim Kacken. Und rate mal, wer dabei zukommt. Ich. Warum dir den Playboy kaufen? Wenn du auch bei den Nachbarn spannen kannst. Oder die Reifen klauen. Stress mit der Alten? Hol dir doch einfach eine neue Schlampe. Nimm doch einfach mich. Ich bin sogar Gustiger. Ich in Sogatum will auf Kinderspielplätzen. Deswegen leuchten im Dunkeln. Und du kannst es auch. Ich höre es immer beim Fahrradfahren ticken. Ey, hat jemand meine fette Rolex gesehen? Ich check dir deine ab. Bei Koks kann ich dir weiterhelfen. Ey, yo. Ein scheiß Dreck mit Mac. Du bist hässlich. Geh zum Friseur, du Spass. Ich lauere im Stehen und Piss im Sitzen. Du bist beschränkt. Du bist am Bett nass. Du bist ein Mongo. Du bist ein richtiger Schmock. Du bist Deutschland.